Ich weiß, der Toaster muss ja gut getroffen sein, den muss man ja bauen, aber... Das muss schon alles passen, wenn man schon das baut, was... Bleeding, ey! Was ist das denn? Kennst du nicht den Holztoaster? Ach, der Holztoaster, ja. Die sind doch ausgestorben alle, weil sie einmal benutzt wurden. Nee, einer ist im Garten, glaub ich, noch. Hey ho Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Master-Bilder-Runde, mit der meiner Gott und mir. Ja, mit Bauen nicht so schlecht, dass es wieder gut ist. Ja, mit Bauen und Bewerten. Und ich hoffe, meins gewinnt. Oh, das kenn ich doch schon. Ja, egal, nehmen wir das oder nicht? Ja, klar, nehmen wir das. Ja, klar, ich weiß... Was baust du hier, das Brot? Ich weiß schon, was ich mach. Ja, ich auch. Aber warum, woher weiß ich das? Und, es war schon mal ein Sandwich dran? Warst du dabei, oder war Chris dabei? Es war da, wo wir zu zweit das Brot haben. Ach so, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Ja, ich mach ungefähr das. Ich auch. Da hab ich ja angefangen, ne? Ja. Ja. Stimmt. Ich erinnere mich. Nee, erinnerst du nicht. Hm? Nee, tust du nicht. Ja doch. Machst du. Okay, das kann ja ruhig groß sein, weil... Da wird man schon schnell fertig. Ja, da wird man richtig schnell fertig. Aber trotzdem sieht's gut aus dann. Ja. Ja. Ähm... Was ist denn am besten für ne Wurst-Scheibe? Ich mach mal so ne... Wolle. Gelb wurscht. Ist jetzt egal. Du immer. Warte mal, mach mal noch so ne, so nen Tisch, irgendwie, Tischboden. Eigentlich nicht. Damit es wurscht, Digga, ausschaut. Was? Machen wir mal. Machen wir mal nicht so eckig. Ja, okay, es wird schon gehen. Ne, wird nicht. Ich glaube, Meiser Bleeding passt zu dem Deal. Ja. Ja. Was? Schon wieder ein heiser Bleeding? Nein, nein, ey. Du hast schon wieder explodiert. Was? Oh, jetzt hat's gerade gelockt. Was? 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 Ja gut, sagen wir... Stress. Stress. Okay, das ist der Senf. Was? 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 Es hat sonst noch gelb auf dem Sandwich. Kerze. Okay, ich mach' mal. Die Farbe. Saut, schaut Sandwichiger aus. Ja, Sandwichiger. Ok, da haben wir lieber auf. Ne, ne. Ok, wie du willst. Es reicht. Hm? Es reicht? Es reicht! Ne, ich glaub ich mach noch ne Schicht. Rein. Komm, das muss jetzt fertig werden. Ne, warum? Doch. Ganz sicher schon. Ok, ich nehm zurück, was ich gesagt hab, dass man da nicht so viel Zeit braucht. Stress. Das sag ich nur. Verhöre Stress. Ach denn, das untere muss ich auch noch machen, stimmt ja. Ich würd so gern noch nen Zahnstocher mit ner Oliven drauf machen, aber keine Zeit mehr. Vielleicht hab ich noch Zeit. Mal schauen. Ich muss erst mal das Brot für die machen. Komm schon, ich will die Oliven noch unbedingt drauf haben. Nein! Oh, Sesamkörner wollte ich auch noch drauf machen. Nein, ich bin fertig. Nein! Fast ist die Oliven, aber egal. Ich hab jetzt... Scheiße, ich hab nicht mal um die Feuer. Oh, ich hab keine Sesam... Oh. Das... Naja, das... Vollkorn. Ja gut, Vollkorn kann man's nehmen. Ich geb mal nen Gurt. Ja, obwohl. Es ist okay, ja. War jetzt nicht sehr... Aber ich wollt doch Sesamkörner drauf machen und die Oliven, aber nicht mehr geschafft. Das ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Ja, das ist gut. Äh, aber die Kiste verwirrt mich jetzt. Mach auf! Die ist grad explodiert! Die ist weg! Hm? Die ist weg, die Kiste! Ja. Äh, äh... Sieht aus. It's okay. Nein, sieht heftig aus. Meiser... Es schaut jetzt nicht mehr unbedingt nach Vollkorn aus. Die Meiser... Vor allem, dass... Dass das verschiedene... Das soll das Fleisch sein, aber für Fleisch ist es auch zu dunkel. Ah, da ist meins. Ist nicht da jetzt? Doch, das ist meins. Okay. Nee. Nee, ich glaub nicht. Das ist doch ein... Everything is awesome, oder? Ich glaub, du verwirrst... Oh, das war ich da. Nein, was? Ich hab jetzt mal aus Spaß mit Eiserbeating gegeben. Ja! Genau! Dafür reporte ich dich. Was willst du? Das ist auch nicht schlecht. Da geb ich ihn gut. Ist zwar nicht fertig geworden, aber... Ja, da geb ich auch mal gut. Das ist gut. Oh! Das ist... Das ist gut. Oh, ja. Käse! Da hat jetzt auch noch keiner gedacht, oder? Doch, ich. Bis... Echt? Ja gut, und bis auf den... Am Anfang. Aber... Das hat er scheiße gebaut. Okay, das ist hässlich. Ja, das... Nee, das kann man wirklich besser machen. Weiser bleeding. Vor allem ist es ein Burger. Sieht aus wie ein Cupcake. Nee, eher wie ein Burger, weil... Wegen dem Fleisch. Es ist verbrannt. Ach nee. Doch. Verbrannte Gelbwurst. Kein UFO. Ja, ich bin Erster! Warte! Geil! Das war... Nicht schlecht. Ja, das war nicht schlecht eigentlich. Ja, ja. Ich bin Erster, geil! Zum ersten Mal, was? Was? Ja, nee, stimmt eigentlich. Erlögt, erlögt. Natürlich bin ich ja auch öfters Erster geworden, ne? Ja, warum? Damit ihr's wisst. Erster von unten. Hä? Erster von unten. Genau. Warte mal, war ich überhaupt schon mal Erster von unten? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaub einmal bei einer, ähm... Als ich eine Muschel bauen sollte... Aber da war... Da hab ich nur einen Scheißdrick gebaut, weil ich beleidigt war. Ähm... Weil das jetzt schon zum fünften Mal kam, oder so. Ja, ja, jetzt kommt die Ausrede. Ne, das war wirklich so. Ich hab das geschätzte... Sechs Mal geerbt. Diese scheiß Muschel zu bauen. Und da bin ich nur einmal Erster geworden, aber... Und einmal Erster von unten. Aber... Da hab ich auch wirklich einen Scheißdrick zusammengebaut. Weil ich beleidigt war. Ähm... Such mich. Ähm... Jo. 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 Ich frag mal wer Deutsch ist. Jo. 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 Toaster, weil das solche Beine wie ein Bett hat. Weil das erstmal ausschaut wie ein Bett jetzt hier. Achso. Achso. Ey. Ey. Außer mein Bett, das steht auf Stelzen. Ja, jetzt weiß jeder, wo du wohnst. Oh, shit. Ach, vier Minuten. Schaff mal locker und später heißt es wieder Scheiße. Ich hab das letzte, ich hab den Toaster nicht mehr geschafft. Nein. Nein. Ich glaub, wenn ich schneller fertig bin, dann baue ich sogar noch einen Teller daneben. So als Accessoire. Okay. Solche Dekos müssen ja auch mal sein, ne. Okay, ein bisschen unnütz, aber... Ich glaub, dann gibt's das Thema Verfehlung. Oh, Toaster. Das erinnert mich doch an was, Simon. Einer Teils. In's Garten vergraben. Natürlich, damit die Toaster nicht runterfallen, braucht der Toaster auch einen Boden. Echt? Ja. Also ich hab gehört, Toaster haben so einen Boden. Echt? Ja, genau. Ich glaub, eine Schicht baue ich noch hoch. Ich glaub, ich hab die Schicht baue ich noch. Ähm, ja. Dann... Kommen wir mal zum Toast. Am Toast ist diese Farbe... Ach, egal. Ich will fertig werden. Ach, stimmt ja, die haben ja auch noch solche Moment Pommes Pommes So, haben wir schon mal alles Wichtigste für den Toaster Ach, einen Boden brauchen wir ja auch noch, stimmt ja Ich glaube, ich mache wieder Holz Ups Eisen im Toast geht aber nicht Okay Ich mache es jetzt einfach mal Stress, okay, kriege ich doch nicht mehr hin Ich wollte einen Creeper machen aber, okay, sieht auch schön aus Kann man erst so lassen Ja, wie es so raus springt, das ist gut Nur sind die zu dunkel, aber kann ja auch vollkommen sein Hä, wieso wenn sie rauskommen sind sie ja fertig Ja, aber es ist immer noch zu dunkel für fertige Ja, jeder riesig Äh, das hat kein Kabel Ja, okay, kann auch so ein Akku-Ding sein, aber it's okay Aber das ist zu schmal irgendwie Ja, der Toast ist breiter als der Toast Der Toast ist genauso breit wie der Toaster Der Toast ist genauso breit wie der Toaster So Kennst du nicht, den Holz Toaster Ach, der Holz Toaster, ja Die sind doch ausgestorben alle Weil sie einmal benutzt wurden Ne, einer ist im Garten, glaube ich, noch Äh, das ist ne Maus Das schaut aus wie ne Maus Ja Ja Ja, jetzt ist eh zu spät Aber das schaut aus wie ne Maus, find ich lustig irgendwie Ach diese Das sind vier Toasts Na gut, solche gibt's auch Aber was ist das jetzt Brennt ein bisschen Ist okay Ja, das hätte mir auch einfangen können Oh, das kenn ich doch irgendwoher Okay, jetzt nachdem ich alle gesehen hab Finde ich, dass das scheiße ausschaut Paol Ja Äh, was soll das jetzt hier sein? Wahrscheinlich nicht fertig geworden Der raucht sogar Scheiße Simon Was? Hä? Was soll denn das da rechts sein? Der sollte rausspringen in der Toast Hä? Wie will ein Toast von dem Toaster rechts rausspringen? Keine Ahnung Oh, das ist gut gebaut, so mit Redstone drin Ist aber kein Toast drin Trotzdem Toasts müssen ja auch nicht sein Ich hab vergessen zu worten Äh Da ist schon wieder der Toast fast Moment, wenn das jetzt oben ist dann Ja, ja, ja Ja, nee, ja, Moment Ich geb trotzdem hinzu her Der Rauch ist gut gesetzt Tom geht Der Rauch ist gut gesetzt Nee, das ist hässlich Ja, nee, geb ich Das wärs jetzt, wenn ich wieder gewinne Nee Alter, wie viel? Nee, das ist hässlich Ja Das heißt, wann schaut ein Toaster so von innen aus? Naja Also wenn ich jetzt von der Seite sehen würd Nee, komm, das wär ein Bleeding jetzt Das ist jetzt Wenn ich's von der Seite sehen würd Würde ich nicht erkennen, dass es ein Toast ist Ja Das schaut aus wie ein Bunker Nee, das ist Naja, so ein Eisenblock Ja Wie viel da bin Alter, ich bin dritter von Dabei fand ich das ganz gut Was? Das ist doch hässlich das da Das ist eigentlich voll scheiße Ja, das stimmt Der Toast ist genauso breit wie der Toaster Wie würden wir da einen Toast reinkriegen? Ja, ich fand das andere besser Okay, machen wir Wie gewohnt noch eine Runde Dass wir drei Runden zusammen haben Aber komm, das waren jetzt aber gute Wörter Die wir jetzt gekriegt haben Ja, das waren jetzt nicht so welche Wo's so viel verlangt war Oder wo Scheiße zum Bauen waren So, ähm Wir hatten jetzt technische Störungen Ähm Ich glaub ich muss nicht viel dazu sagen Ähm Scheißegal Es geht jetzt einfach ganz normal weiter So, komm bitte Lass mich jetzt verarschen Was? Naja 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 Aber ich drück mich jetzt vor keinem Wort Schnell machen Cut Hä, wie sagt sich das Wörter bei mir damit? Hä? Ja genau Was willst du los? Wir müssen Winter bauen und dann äh kommt so auf einmal Ein Instrument Hä? Malinese? Ja Egal Weiß was ich bauen soll Äh Ich Mach mal so einiges Mayonnaise Jaja Mayonnaise Hä? Hä? Ja Geil Was? Hast du jetzt schon kurz? Kann man nicht mal schneiden lassen? Nicht? Ne Hä? Ich dachte es ging Stimmt Komm ich mach jetzt auch Also Beschwert euch jetzt nicht in den Kommentaren dass ich jetzt Wolle nehm statt Schnee Das ist auch Von der Farbe her jetzt Das allergleiche Also das völlig gleiche Ja ich glaub es gibt einen Dislike Wenn ihr das macht dann äh hoffe ich dass ihr gut schlafen könnt ne Ja 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 Paul macht keine Scherze Ja Ja Wir machen den Winter Es schneit Ja Ja So äh Ok Ok das schaut jetzt Ok Haben wir halt nen fetten Ach man Der ist Ok machen wir den nicht so ganz eckig Boah ist so ein Schneemann Was? Schon drei Minuten vergangen geht die Zeit schnell Du meinst zwei Minuten vergangen Äh Zwei Minuten Spast Was nenne Komm wie soll ich das jetzt machen? Äh Ups Wie mach ich das? Ok Haben wir hier schon Das und dann Ja und der Rage quittet schon wieder einer Äh So ist die Kaputte Ich glaub ich weiß was ich mach Ich glaub ich weiß was ich mach Machen wir mal so Ok Ja 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 kann man so lassen So schaut jetzt einfach mal in die Richtung Was kann man noch im Winter machen? Ich hab jetzt grad mal nen Schneemann fertig Scheiße Was mach ich was mach ich Was mach ich Einen Scheißeraufen Ok Ne ähm Komm ne kleine Hütte Ja Ne ich hab's ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß Ich weiß Ne komm das ist jetzt auch wieder blöd Ähm Ne komm ich lass Ja ok Damit ich wenigstens was hab Äh 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 Einen Weihnachtsmann schweig mir Weil Es ist Winter und keinen Weihnachtsbaum Äh Äh Stress Stress Ja Ja es fängt schon langsam an Ja es fängt nicht Ja komm was soll ich denn da sonst bauen außer nen Schneemann Ja komm was soll ich denn da sonst bauen außer nen Schneemann Okay das wärs letzter glaub ich Meins wird letzter Ja obwohl Da gibt's bestimmt welche die noch beschissene bauen aber Meins wird sicher nicht sehr gut bewertet Ach ne Moment Schnee noch rum Stimmt ja Auf die Bäume Es schaut schon viel winterhafter aus Obwohl ich das jetzt auch nicht mehr schaff ganz Komm mach mal einfach ganz oben Na was Ups Ähm Okay 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 Stress 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 vorbei Meins sieht richtig scheiß aus Meins schaut richtig leer aus Meins auch Was ist das? Warum hab ich den auch in die Ecke gebaut? Äh Hä was ist das? Sind Schlittschuhbahnen? Naja okay It's okay Naja also Weil die Effekte die sind nichts Ich würd nicht erkennen dass es mit Winter was zu tun hat Naja Kann man machen Kann man machen Also ich hab jetzt mal It's okay 2D 3D Nee es gibt mehr 2D Okay Die Karotte ist Ja Normal haben wir uns beschlossen wenns 2D ist dann Ist ein ISR Bleeding Aber dafür dass die Karotte da jetzt draußen ist ne Paul Was ist das? Schau nicht Das ist nicht meiner Schau mal die fette Karotte Ne Hexe Hexenschneemann Oh das muss Wenns ne Hexe ist muss es mehr geben Ja da hab ich nur Jetzt nix okay Okay Meins auch Bleeding Äh Das ist echt sehr slick Okay ich gib ihm äh Ne meins auch Bleeding Ne meins auch Bleeding Das ist nichts Der hat einfach nur ein paar Blöcke gesetzt Aber die Effekte sind schlau gesetzt Ja neu Die Effekte sind schlau gesetzt Dafür dass man nicht Ja Verdient Trotzdem explodiert okay Was soll das jetzt für ein Pfahl sein Baum Okay It's okay mach ich It's okay Ich glaube ich hätte auch lieber Eis gemacht Der ist cool Der ist echt cool Der ist echt cool Da geb ich den Amazing Okay Der ist cool gemacht Der ist gut gemacht Der ist nicht meiner Wenn es meiner wär dann würde ich den Everything is awesome geben Ja der ist echt gut Der ist echt gut Der ist richtig gut Streifenpuppe Deutscher oder Deutsche Oh wem gehört das wohl Haul Was ist das für ne Nase Wolle wär zu dick gewesen Das haben wir gar nicht gesetzt oder? Das ist n Toast Das ist n Toast Oh den Kade zu essen das Keine Ahnung Was ist das? Schlittenfall Äh Schlitten Auf Eisenstange Also auf äh Gitter Ne Plinen Das ist nicht Simon Simon was baust du da? Keine Ahnung Ich hab zu viel Zeit verbraucht mit dem Schneehaufen Ha Hä wieso baust du das auf Gitter? Keine Ahnung Hä Wer fährt Schlitten auf Gitter? Das soll ein Kuchen sein Was Kuchen? Lol Wird der Schnee explodiert Ne Nur Bäume Scheiße Ist Ich glaub ich geb Zwischen It's okay und good Das heißt It's okay Hey wieso Naja Ist es nicht so schlimm wie die Anderen Die It's okay Waren oder mehr Das hab ich schon geahnt Das der gewinn Scheiße Du bist ganz unten Hä aber ich bin nicht mal explodiert Hä? Ja okay Da wundere ich mich jetzt auch Ich bin Fünfter oder? Ja Das macht überhaupt keinen Sinn Wieso bin ich letztens wenn man sich nicht explodiert ist Keine Ahnung Jo Ich hoffe euch hat das Video gefallen Ähm Ja Gebt ne Bewertung da Wenn's euch gefallen hat Bitte liken Wenn's euch nicht gefallen hat Trotzdem liken Ähm Kommentiert wenn ihr was zu kommentieren habt Abonnieren falls es noch nicht geschehen Wenn ihr mehr sehen wollt Hast du noch was zu sagen? Ja Ja Das bedeutet Jo dann Bis dann Ciao